Auf dem Sofa in der Pausenecke hat Dominik aus Nürnberg gerade Finn aus Hamburg kennengelernt. Finn programmiert Spiele. Informatikstudent Dominik befasst sich mit der Sicherheit im Netz. Ein aktuelles Thema, denn 2016 war das Hackerjahr. Cyberangriffe auf Wirtschaftsunternehmen und die Politik, weltweit auch in Deutschland. Auf jeden Fall ist es ein sehr wichtiges Thema, aber ich glaube nicht erst im Jahr 2016. Es ist in den letzten Jahren schon langsam hochgekocht und wird in der Zukunft noch wichtiger werden. Und dieser Angriff auf den Bundestag vor einiger Zeit, der war sehr peinlich. Ja, sowas, da fragt man sich dann schon, ob da nicht noch mehr Geld in die Hand genommen werden sollte in dem Zusammenhang. Geld für Computerexperten, die die Systeme schützen sollen, das bringt nichts, sagt der Chaos Computer Club. Denn Angriffe im Netz wird es trotzdem immer mehr geben, wie Ende November bei der Telekom oder im US-Wahlkampf. Schlechte Aussichten auch für die Bundestagswahl im kommenden Jahr, so die Experten. Wir werden Angriffe auf Politiker sehen. Wir werden E-Mails oder Privatnachrichten oder Geheimnisse sehen, die an die Öffentlichkeit gelangen, gezielt an die Öffentlichkeit gegeben werden. Wir werden aber natürlich auch diesen gesamten Kampf um die Verwirrung der Öffentlichkeit mit Falschnachrichten in den sozialen Medien sehen. Und in beidem können wir nur darauf hinarbeiten, dass die aufgeklärte Öffentlichkeit mit diesen Phänomenen umzugehen weiß. Hamburgs IT-Dienstleister Dataport verzeichnet pro Monat rund 1000 Angriffe auf seine insgesamt 70.000 Rechnerarbeitsplätze. Nach Angaben der Stadt ohne größere Schäden, zumindest bisher. Der Star der heutigen Auftaktveranstaltung, Sean Westmoreland, ein ehemaliger US-Soldat und Whistleblower. Er sieht im digitalen Zeitalter auch die Bürger in der Pflicht. Früher haben sich die Leute tiefgründiger und gezielter informiert. Da war das Problem eher ein Mangel an Informationen. Heute gibt es viel zu viel davon. Trotz aller Risiken, die Internet und Co. mit sich bringen, zumindest Dominic hofft, mit Systemsicherheit bald sein Geld zu verdienen.